Liebe Studierende, willkommen zum 13. Podcast des Semesters. Mit dem letzten Thema der Vorlesung beschäftigen wir uns mit der speziellen Relativitätstheorie. Die Galileo-Galilei-Transformationen, im Fall, wo sich die Bezugssysteme k und k' mit der Geschwindigkeit v relativ zueinander bewegen, erscheinen völlig evident zu sein. Sie ermöglichen eine Abbildung von Ereignissen von einem Bezugssystem im anderen. Sie sind das Fundament der klassischen Mechanik. Trotzdem sind sie eine Nährung, die nur für Geschwindigkeiten v viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit gut sind. Um dies zu verstehen, müssen wir uns zuerst mit dem Problem der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum auseinandersetzen. Das Medium, welches die Lichterregung im materiefreien Raum trägt, wurde früher Ether genannt. Wenn es einen ruhenden Ether gäbe, so könnten wir diesen als absolutes Bezugssystem wählen. Die Geschwindigkeit des Lichtes relativ zum Ether sei c. Nun bewegt sich die Erde mit einer Geschwindigkeit v auf ihrer Bahn um die Sonne. Damit würde die Lichtgeschwindigkeit, die man auf der Erde misst, d.h. relativ zur Erde, von der Richtung abhängen. Man würde z.B. die Lichtgeschwindigkeit in Richtung der Erdebewegung messen. Dann wäre diese um zweimal die Geschwindigkeit der Erde kleiner als die Lichtgeschwindigkeit gegen die Erdebewegung. Das Experiment von Michelson und Merle hat aber gezeigt, dass kein absolutes Bezugssystem, nämlich Ether, auf das man die Vorpflanzung eines Lichtsignals beziehen könnte, gibt. Die Lichtgeschwindigkeit c ist unabhängig von der Bewegung der Messbasis. Das negative Ergebnis des Michelson-Merle-Experiments zwang Einstein im Jahre 1905 eine Koordinatentransformation zu suchen, die so beschaffen ist, dass die Vorpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes von der Bewegung des Bezugssystems unabhängig ist. Die gesuchte Transformation wurde von Einstein in der Lorentz-Koordinatentransformation identifiziert. Für Geschwindigkeiten v viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit geht die Lorentz-Transformation über in die Galilei-Transformationen, die dem klassischen Limit entsprechen. Wir bemerken sofort, dass die Zeit nicht mehr eine absolute Größe ist, wie in der klassischen Mechanik. Die Zeit ist bezugssystemabhängig. Als Trick kann man einfach x respektive t in x' und t' und v mit minus v tauschen, um die inverse Lorentz-Transformationen zu erreichen. Ganz interessant sind die Konsequenzen der Lorentz-Transformation. Zuerst die Transformation der Geschwindigkeit. Das System O und das System O' bewegen sich relativ zueinander längs der Achse x mit der Geschwindigkeit v. Relativ zu O' bewege sich ein Teilchen mit der Geschwindigkeit vx'. Wie engt diese Geschwindigkeit vx' mit der Geschwindigkeit vx im O-Bezugssystem zusammen? Die Lorentz-Transformation für die Geschwindigkeiten regelt diesen Zusammenhang. Ein Spezialfall als Probe der Gültigkeit dieser Lorentz-Transformation für die Geschwindigkeiten wird durch folgende Situation gegeben. Das Teilchen bewege sich im O'-System mit der Lichtgeschwindigkeit c längs x'. Via Lorentz-Transformation ist die Geschwindigkeit in Bezugssystem O ebenfalls gleich c. Das heisst, in beiden Bezugssystemen ist die Geschwindigkeit des Lichtes gleich, wie das Experiment von Michelson und Merle verlangt. Eine weitere Konsequenz der Lorentz-Transformation betrifft die Messung einer Länge. Ein Stab, dessen Achse parallel zu x ist, Ruhe im System O und L0 kann als Ruhe-Länge bezeichnet werden. Die Länge dieses Stabes soll nun auch vom System O' aus, das sich mit der Geschwindigkeit v längs x-Achse relativ zum System O bewegt, gemessen werden. Der in seiner Längsrichtung bewegte Stab erscheint verkürzt. Dies ist die Lorentz-Kontraktion. Nehmen wir jetzt an, dass der Beobachter im System O am festen Ort x den zeitlichen Ablauf eines physikalischen Vorganges, z.B. das Abklingen der Radioaktivität eines Präparates, das an diesem Ort ruft, messe. Er findet, dass die Radioaktivität in einer Zeit Tau 0 auf die 11. gesungen ist. Der Beobachter im System O' misste eine Alpwärtszeit Tau. Die Lorentz-Transformation sagt dann voraus, Wenn sich das Präparat relativ zum Beobachter mit der Geschwindigkeit v bewegte, dann stellt dieser eine längere Lebensdauer der radioaktiven Kerne fest, als wenn es für ihn in Ruhe wäre. Der Effekt ist als Zeitdilatation bekannt und spielt eine wesentliche Rolle bei der Zeitmessung in relativistischen Ereignissen und Situationen, wie z.B. bei GPS-Systemen. Auch bezüglich der Energie gibt es interessanten Konsequenzen aus den Lorentz-Transformationen. In der nicht-relativistischen Mechanik ist der Zusammenhang zwischen der kinetischen Energie und dem Impuls durch Impuls im Quadrat gedeiht durch zweimal die Masse gegeben. In der relativistischen Mechanik ist der Sachverhalt komplizierter. Man definiert die totale relativistische Energie. Für Geschwindigkeiten viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit setzt sie sich aus der Energie des ruhenden Teilchens, Masse mal Lichtgeschwindigkeit in Quadrat, und der kinetischen Energie zusammen. Zum Schluss möchten wir uns mit dem Dopplereffekt auseinandersetzen. Das heisst die Veränderung der Frequenz eines Lichtsignals, wenn Quelle und Beobachter sich relativ zueinander bewegen. Da es keinen Äther gibt, auf den man die Vorpflanzung des Lichtes im absoluten Sinn beziehen kann, darf die Frequenzänderung beim Licht nur von der Relativgeschwindigkeit von Sender und Empfänger abhängen. Der Zusammenhang der entsprechenden Frequenzen f und f' ist via den Formel des relativistischen Dopplereffektes gegeben, wenn sich Sender und Empfänger voneinander entfernen und wenn sich Sender und Empfänger nähern. Dieser Podcast war der letzte des Semesters. Ich hoffe, dass die Podcasts ein nützliches Instrument zu Ihrem Lernprozess waren. Es hat mich gefreut, diese Zusammenfassungen für Sie vorzubereiten und danke an dieser Stelle Herrn Guillaume Schilzer für die technische Unterstützung. Ihnen, lieben Studierenden, wünsche ich alles Gute und viel Erfolg.